Ja, hallo liebe Chapel-Familie. Heute sehr, sehr ungewohnt für euch, für mich. Eine kürzere Predigt, nicht von der Kanzel der Chapel wie sonst, sondern hier aus unserem kleinen improvisierten Chapel-Studio oben im Loft. Und wir sind ja immer noch in der Predigt-Serie Lebensordnung. Es ist etwas passiert. Ein kleiner Feind, mikroskopisch kleiner Virus, ist gerade dabei, den größten Teil dieser Welt zu einem Art Stillstand zu zwingen. Am Montag werden wir sehen, dass die Schulhöfe, Kindertagesstätten, Kindergärteneinrichtungen, dass es dort sehr, sehr ruhig werden wird. Und viele von euch werden Familie viel, viel intensiver erleben. Und für manche wird es sehr schwierig, Familienleben und Arbeitsleben neu zu managen, wenn die Kinder zu Hause sind. Und auf der anderen Seite ist darin auch eine große Chance, Familie neu zu entdecken und zu erleben. Familie ist eine ganz starke Lebensform. Nach vielen großen Krisen, Kriegen oder Naturkatastrophen war die Familie das Erste, was wirklich wieder funktioniert hat. Und so, wir als Chapel-Familie werden also in den nächsten Wochen auch die Chance haben, uns in einer neuen Art und Weise zu begegnen. Und wir werden feststellen, dass wir auch ohne Gottesdienst und ohne andere Veranstaltungen Gemeinschaft leben können. Hat Jesus nicht gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wie wichtig ist es, in einer Kleingruppe zu sein? Ich habe hier unsere neue Kleingruppenbroschüre brandneu, ganz neu aufgelegt, wo ihr euch informieren könnt. Und ich möchte euch so sehr ans Herz legen, werdet doch, wenn ihr es noch nicht seid, Teil einer Kleingruppe. Gerade jetzt in so einer außergewöhnlichen Zeit, in der wir uns gerade befinden. Tja, wenn man so nach einem anstrengenden Arbeitstag abends endlich in der Badewanne liegt und das warme Wasser so wohltuend durch den Körper kriecht und wenn man dann seinen Kopf unter die Wasseroberfläche absenkt und die Ohren im Wasser sind, dann kann man es hören. Was kann man hören? Das, was beständig seine Arbeit tut, etwa hunderttausendmal pro Tag pumpt unser Herz etwa zehntausend Liter Blut durch unser System. Wir hören dann unseren Herzschlag ganz regelmäßig, diesen dumpfen Doppelton. Wenn wir so eine Weile verharren, dann spüren wir etwas von dem Rhythmus des Lebens. In unserem Herzen spielt sich ein beständiger Wechsel ab von Anspannung und Leistungsphase abgewechselt von der Entspannungsphase. Hier bei diesem wichtigen Organ möchte uns Gott vielleicht schon etwas über seine große Lebensordnung beibringen. Da ist eine Anspannungsphase und eine Entspannungsphase. Als Gott, als Dreieinergott, Vater, Sohn und Heiliger Geist beschlossen hat, für den Menschen und für die Tiere einen Lebensraum zu schaffen, da hat er eine bestimmte Ordnung festgelegt. Und wir sehen diese Ordnung im ganzen Universum. Die Planeten verlaufen in präzisen Bahnen. Wenn Gott etwas tun möchte, ist es anders, wie wenn wir Menschen etwas tun. Wir Menschen, wenn wir etwas Großes schaffen wollen, dann haben wir Pläne, Spezialisten, wir sammeln Ressourcen. Wenn Gott etwas tun will, dann spricht er. Gott spricht die Dinge in Existenz. Aber was interessant ist, dass obwohl Gott so schafft, indem er spricht, scheint es Gott Kraft gekostet zu haben, diese Schöpfung hervorzubringen. Ich möchte uns daran erinnern, dass Jesus, als er einmal von einer kranken Frau berührt wird, sagt er, mich hat eine Kraft verlassen. Wir Menschen verstehen diese göttlichen Dinge nur bruchstückhaft. Aber für mich ist interessant, dass Gott sagt, dass er, nachdem er sechs Tage durch sein Sprechen die Erde, den Kosmos, den Menschen erschaffen hat, dass Gott beschlossen hat, einen ganzen Tag auszuruhen. Er ruhte von allen seinen Werken. Kann es sein, dass Gott uns hier eine Grundregel des Lebens vorgegeben hat? Die göttliche 6 zu 1 Regel. Sechs Tage soll der Mensch arbeiten, aber am siebten Tage soll er ruhen von all seinen Werken. Gott wollte in seinem Volk ein Vorbild geben. Gott wollte ein Mustervolk mit dem Volk Israel. Warum? Gott wollte ein gesundes und ein fröhliches Volk, eigentlich das gesündeste und fröhlichste Volk der Erde haben. Warum? Damit die anderen Völker voller Eifersucht auf dieses Volk schauen sollten und dann vor allem diesen guten Gott kennenlernen wollten. Gott wollte mit dieser Ordnung ein gesundes, ein frohes, ein freies Volk für sich. Aber wir Menschen, wir denken ja oft, wir wissen es besser als Gott. Und obwohl Gott sozusagen sein Volk Israel in gewisser Weise zu seinem Glück zwingen musste, es war nämlich gar keine Wahl, Gott hat sogar diesen Sabbat, wie er diesen Ruhetag nannte, hat er sogar unter Strafe gestellt, wenn man an diesem Tag arbeiten würde. Aber wir Christen leben ja nicht mehr in diesem Gesetzesbund. Wir leben in einer Zeit der Freiwilligkeit. Und dennoch, wir werden trotzdem die Konsequenzen, wenn wir diese Ordnungen nicht beachten, werden wir diese Konsequenzen spüren müssen. Was interessant ist, die EU-Grundrecht-Charta sieht in Artikel 31 für alle Arbeitnehmer eine wöchentliche Ruhezeit vor. Es gibt eine spezielle Arbeitszeitrichtlinie. Und wisst ihr, wie lang diese kontinuierliche Mindestruhezeit ist, die da festgelegt ist, gesetzlich? Genau, 24 Stunden. Ein Tag Ruhe. Sogar vom Gesetz her festgelegt. In unserem Land ist sogar der Artikel 145 des Grundgesetzes extra dafür gemacht worden, die sogenannte Sonntagsruhe zu beschützen und zu bewahren. Und wisst ihr, was die Definition davon ist, von dieser sogenannten Sonntagsruhe. Die Sonntagsruhe dient zur Arbeitsruhe und zur seelischen Auferbauung des Menschen. Also, da haben unsere Grundgesetzväter irgendwie bei Gott abgeschaut und diese guten Dinge von Gott gelernt. Wenn wir Gottes Gebote und Gottes Anweisungen, diesen Lebensrhythmus, seine Ordnungen verlassen, dann kann uns das einen hohen Preis kosten. Und ganz besonders extrem ist das bei den Japanern. Als eine junge Frau tot vor ihrem Laptop zusammenbrach, gab es so einen gewissen Aufschrei in Japan. Sie hatte 156 Überstunden im Monat gemacht. Sie hatte sich zu Tode gearbeitet. Aber wisst ihr, dass in dieser Kultur, in diesem Land eine sonderbare Haltung zu Arbeit und Ausruhen ist. Die Japaner haben etwa 10 bis 20 Tage Jahresurlaub. Und die Statistik sagt, dass nicht einmal die Hälfte diesen Urlaub für sich beanspruchen. Im Gegenteil, es gibt Gerichtsverfahren, wo Japaner ihr Recht, auch am Wochenende arbeiten zu dürfen, einklagen. Die Japaner haben ein eigenes Wort für den Tod am Arbeitsplatz. Das Wort Karoshi. Es steht einzig für diesen Umstand der Tod am Arbeitsplatz. Und gerade in Japan haben wir eine überdimensional hohe Selbstmordrate. Ja, es kann tödliche Folgen haben, Gottes Ordnungen zu verlassen. Eigentlich meint es Gott doch gut mit uns. Es geht doch nicht darum, dass wir für Gott etwas machen sollen, wenn Gott uns eine Ruhe vorschlägt oder möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Sagt Jesus nicht genau das Gegenteil davon? In Markus 2, Vers 27. Der Sabbat wurde zum Wohl für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Aus Gottes Sicht soll es ein Tag sein der Dankbarkeit. Nicht nur ein freier Tag, nicht nur ein Tag, an dem alle liegen gebliebenen Dinge abgearbeitet werden, sondern es sollte ein Tag sein, an dem wir uns auf Gott selbst besinnen. Intimität mit Gott kann doch nicht mit Eile gefunden werden. Der Sabbat braucht eine langsamere Geschwindigkeit. Ein weiterer Aspekt des Sabbats ist die Freude. Ja, genau, Freude, Spaß, Fun. Dieser Tag hat etwas mit Freude zu tun. Vielleicht findest du Freude in dieser Zeit des Ausruhens, in dem du durch der Kunst hinwindest, der Musik, der Natur. Ich möchte euch mal aus Jesaja 58, Vers 13 ein Vers vorlesen, wie Gott über den Sabbat denkt. Tu an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was du sonst tust, sondern erlebe ihn als Wonne, nenne ihn deine Lust und ehre diesen Tag des Herrn. Und folgt nicht euren eigenen Interessen und geht nicht euren Geschäften nach und spart euch euer leeres Geschwätz. Ja, Freude soll auch ein Teil dieses Ausruhtages sein. Ein letzter Aspekt, den ich noch betonen möchte, ist die Dankbarkeit, die zur Gesundheit führt. Ja, Ausruhen hat natürlich auch etwas mit gesund bleiben und Gesundheit zu tun. Eine dankbare Haltung macht gesund. Wenn wir jetzt keine Gottesdienste haben zurzeit, wenn wir uns mehr in kleineren Gruppierungen treffen, in unseren Kleingruppen, dann möchte ich euch einfach mal einen Vorschlag machen, euch über dieses Thema Sabbat und Ausruhen miteinander zu unterhalten. Ich möchte euch drei Fragen mitgeben. Die erste ist, tauscht euch aus, wie sieht bei mir ein typischer Ruhetag aus? Und was unterscheidet diesen Tag oder diese Zeit von den anderen Zeiten? Die zweite Frage, was würdest du als typischen Gegner deiner Ruhephasen bezeichnen? Was ist es, das dich aufhalten will? Erstens in dir drin und zweitens um dich herum. Was sind die Feinde deines Sabbats? Und die dritte Frage, wenn du so eine regelmäßige Ruhezeit einhalten konntest, bei mir zum Beispiel ist es ja immer der Montag, wo ich diesen Tag der Ruhe einhalte, wo ich auch in Gefahr stehe und versucht bin, oft viele liegen gebliebenen Dinge zu tun. Wenn du auch so eine Ruhephase kennst, so einen Sabbat, und egal wie oft es schon gelungen oder misslungen ist, ich möchte dich einfach ermutigen, nicht aufzugeben und ich möchte euch ermutigen, in dieser dritten Frage euch zu beantworten, was hast du dabei gewonnen? Was ist der Gewinn davon? Was beschenkt dich in so einer besonderen Zeit? Und jetzt noch ein letzter Gedanke im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In Gottes Auftrag, die Ruhe zu halten, da waren ja auch die Tiere eingeschlossen und auch das Land. Jedes siebte Jahr sollten die Ackerflächen brach liegen und im siebten Jahr gab es sogar einen Schuldenerlass. Tragischerweise verließ das Volk Israel immer wieder diese guten Lebensordnungen Gottes. Das brachte sie in viele Schwierigkeiten, in Hungersnöte und Kriege. Und dann sagte Gott dazu, jetzt wird das Land seine vorenthaltenen Sabbate zurückerstattet bekommen. Könnte es sein, dass diese Krise uns in eine Zeit des Ausruhens führen wird? Liegt in dieser schmerzlichen Weltkrise vielleicht auch eine große Chance, uns neu an einen Ort der Ruhe zu führen? Ich wünsche euch noch einen ganz gesegneten Sonntag, bis wir uns wiedersehen. Tschüss, macht's gut. beteiligt. Schادt. Gerät.